Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Götz-WG und mein Mikro ist wieder verrutscht. So, jetzt ist es wieder gerade einigermaßen, Gott sei Dank. So, wir sind bei Dominik allein zu Hause, denn keiner ist gerade zu Hause in der Götz-WG, ich weiß gar nicht woran das liegt. Die haben anscheinend alle Jobs, Arbeit und sind keine Haarzah. Das ist natürlich sehr schön, freut mich an dieser Stelle. Und, ja, jetzt wo ich gerade mal ein bisschen Zeit habe, Moment, ich muss mal eben gucken, Gemäldeanfertigung, Aufgabe, abgeschossen, da kannst du dich auch mal hinlegen, ne, mein Freund, das hast du dir mal verdient. Also, das ist echt Wahnsinn, alle sind weg oder schlafen jetzt gerade und das gibt mir gerade mal Zeit, ich mach mal hier auf schnell, euch ein paar Top-Kommentare vorzulesen. Und zwar hat Blaustern Fink, oder Blaustern, wie Frank es sagen würde, Mimi, Hausaufgaben nachholen heißt, dass sie die alten Hausaufgaben nachholen muss, sonst wird sie nicht besser hochleiten, damit sie es sieht. Und das ist zum Beispiel, was das wusste ich nicht und, äh, Maisy, Maisy, Profi-Bodybuilder. Maison wurde befördert und ist jetzt Profi-Bodybuilder. Er verdient jetzt 10 Dollar mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 57 Dollar pro Stunde ergibt. Und er hat zudem folgenden Bonus erhalten, 330 Dollar oder Simoleons, Cent, Xerxes, Hantelbank und neue Kleider. Seine nächste Schicht beginnt am Samstag um 7. Und, äh, ja, 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 Woche war scheiße, gute Noten, Jill hat hart gearbeitet und jetzt die Dreier-Oberschülerin, sehr gut, jetzt ist sie eine Dreier-Oberschülerin. Das freut mich auf jeden Fall mega. Und dann hatte die Angelina Maria Z. eine super Mega-Idee, wie ich finde. Und ich glaube, das ist ein super Kompromiss, ähm, für uns alle. Also, hört mir mal genau zu, die Angelina hat nämlich geschrieben, Jill, Mia und Maison sollen auf jeden Fall bleiben. Die Story könnte ja so gehen, Dominic muss aus beruflichen Gründen nach Willow Creek und Mary will mitkommen, will mitkommen. Doch die zwei Kinder wollen zusammen in der Villa bleiben, womit Mary, Mia, Dominic und Maison einverstanden sind. Als dann Mary und Dominic nach Willow Creek gezogen sind, haben sich die Kinder schon stark angefreundet. Und als dann Mary und Dominic zurück in die Villa kamen, sind die Kinder schon Teenager und fast junge Erwachsene und ziehen nach Marys und Dominics Wiederkehr aus. Das ist meiner Meinung nach eine gute Lösung, weil Jill dann auch Kinder bekommen kann, wenn die zwei weg sind. Und wenn sie wiederkommen, kann Jill schon weg, äh, schon weggezogen sein. Finde ich eine super Idee. Das ist ein mega Kompromiss. Also, ähm, da waren auch 170 Leute tatsächlich für und ich finde diesen Kompromiss einfach super. Also, äh, dann wären nämlich die drei nicht komplett raus, beziehungsweise die zwei, ähm, also Dominic und Mary, die sind da nicht komplett raus. Die ziehen dann nur für einen Moment quasi aus. Äh, dann kann Jill nämlich ein Kind bekommen, noch eins und, äh, wir haben wieder ein bisschen Platz und wenn sie dann wieder zurückkommen, ne, also Dominic und Mary, die kommen dann irgendwann wieder, äh, dann lassen wir sie wieder hier einziehen und Jill zieht dann aus mit Sebastian zum Beispiel zusammen. Und mit dem wollte ich mich auch unbedingt nochmal treffen. Sie ist aber jetzt gerade sehr müde, das ist natürlich jetzt voll scheiße. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wir haben überhaupt keine Zeit, uns mit irgendjemandem zu treffen, weil wir entweder müde sind oder so fleißig sind, ja. Guck mal hier, er auch, wie er aussieht. Alter, guck mal seine Beine an. Er hat Pferde, er hat hier Oberschenkel wie ein Pferd, Alter. So, ähm, Liam, nix mit Fernsehen gucken. Wenn du sowieso gerade gute Laune hast, kannst du auch mal eben deine Hausaufgaben machen. Hausaufgaben nach, nachmachen oder nachmachen, machen, nachmachen, ich weiß nicht, machen, okay. Äh, dann mach erstmal deine Hausaufgaben und Hausaufgaben nachholen heißt dann quasi, wir wiederholen alte Hausaufgaben, die wir noch nicht gemacht haben. Also so habe ich es jetzt verstanden und ich glaube, das ist dann auch richtig so. Sehr gut. Ähm, ja, wir wollten das ja ein bisschen so einrichten, dass wir quasi, ähm, mit ihr hier, Moment, steh mal auf, leg dich mal ordentlich hin. Das ist, glaube ich, besser. Ja, ähm, uns immer heimlich mit den Sebastian treffen, weil die Mary, beziehungsweise die Mia und der Mason da nicht so begeistert von sind. Macy, Bacy. Das ist dein Ernst, oder? Das ist einfach sein Ernst, oder? Was macht der da? Warum ist das so, Macy, Bacy? Weißt du, die haben hier die teuersten Betten, die haben die mega Luxusbude, ja? Und er pennt im Busch, oder was? Was ist das denn hier für ein Dreck auf dem Boden? Ach, das ist hier, äh, Sonnenlicht. Oh, ist mir noch nie so aufgefallen. So, dann, äh, geh mal hoch in dein richtiges Bett, lieber Mason. Du hast nämlich ein wunderschönes, wie ich finde. So, hier. Leg dich da mal rein. Ich glaube, das ist besser. Da kann man, äh, auch, glaube ich, besser drin liegen. Was? Oh mein Gott! Macy, Macy! Was ist mit dir passiert? Wie siehst du aus? Oh mein Gott, guck. Oh. Wie sieht er aus? Ihhh! Oh mein Gott, wie cool. Er ist ein Vampir geworden. Alter, wir müssen sofort in den Cars. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Äh, b-b-b-Outfitsplan. Guck mal, hier ist Dominik, der macht schon wieder Sport. Ey, geil, wir haben uns endlich verwandelt. Wir haben es geschafft, juhu. Wir müssen die Kuhpflanze wiederholen. Sag mir nicht, sie ist tot. Nein! Nein! Scheiße! Oh nein, ihr habt es mir sogar in die Kommentare geschrieben. Ich habe irgendwie das Gefühl, Mimmi wird die Kuhpflanze vergessen und es ist passiert. Nein! Oh Mann, sie hat so lang gehalten. Oh Mann, oh. Oh. Ey, das ist doch scheiße. Schon die zweite Kuhpflanze. Aber die hat echt lang gehalten. Komm, wir stellen die hier hin. Platz in Ehren. Oh scheiße. Jetzt brauchen wir wieder eine neue. Hey, ich kann nicht ohne Kuh, Mu. Also irgendwie sieht es ja auch ein bisschen creepy aus, ne? Mit den ganzen Skeletten im Garten. Aber, naja. Ist die Girls-WG. Was soll ich sagen? Ey, scheiße. Ihr habt es mir doch in die Kommentare geschrieben. Ihr habt noch so geschrieben, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Mimmi wird die Kuhpflanze vergessen. Und ich mir noch so... Ich glaube nicht. Aber ich glaube doch. Ja, geh hier in den Sieb, ne? Ihr wisst Bescheid. Ist ja wieder super gelaufen. Ey, scheiße. Ich wollte die nicht vergessen. Ey, mein Mikro kippt hier immer um. Das ist total scheiße. Ich brauche meinen neuen Arm hier irgendwie. Hält das hier alles nicht mehr so, wie es soll. Ja, das wäre das Billo-Equipment hier. Was soll ich sagen? So, wir gucken jetzt mal. Der Macy-Bacy hat sich aber verwandelt. Das war es auf jeden Fall wert, ne? Jetzt haben wir zwar keine Kuhpflanze mehr, aber Macy-Bacy hat sich verwandelt. Wir müssen Prioritäten setzen, Freunde, ja? Schiebt mir das jetzt bitte nicht in die Schuhe. Äh, in die Schuhe, ja. In die Schuld. So, geil, Alter. Macy, Macy, du heißer Vampir. Dann zeig mal, wie du in deiner dunklen Form aussiehst. Er sieht aus wie so ein Teppichhändler. Er sieht aus wie so ein arabische Nächt. Oder? Er sieht so ein bisschen aus wie Aladin. Nur gruseliger. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier so machen können. Alter, das sieht so gruselig aus irgendwie, oder? Guck mal. Oh mein Gott, Macy-Bacy. Das sieht gruselig aus. Alter. So, wir gucken mal. Lassen wir die Frisur so? Wir haben ihr ja auch eine ganz außergewöhnliche Frisur gegeben. Aber ich glaube, Macy-Bacy, dann lassen wir die. Wir machen hier so einen Kahlen. Nee, ich glaube, bei Macy-Bacy lassen wir die Haare, oder? Ich finde Macy's Haare eigentlich ganz cool. Auch für ein Vampir irgendwie noch stylisch. Wisst ihr, was ich meine? Er ist halt ein Vampir mit Stil. Kann man sagen, ja? Sieht aber irgendwie cool aus, finde ich. So, hier kann man doch auch irgendwie so dieses Gesicht, ne? Dieses Gesicht kann man doch auch irgendwie machen. Warte mal, kann ich das nicht irgendwie einstellen? Dass der so diese Risse und sowas hier, diese Falten... Gesichtsbehaarung, Make-up. Ging das nochmal? Oder kann ich das jetzt nicht mehr... Gesicht... Ja, auf Gesicht komme ich nicht drauf. Das ist ja schon scheiße. Kann ich jetzt nicht das Gesicht ändern? Bleibt das jetzt so? Aber als Vampir werde ich den doch irgendwie ändern können. Ne, Tattoos hat er ja schon. Ich will sein doofes Gesicht ändern hier. Gesicht enthält neue Objekte. Ja, komme ich aber nicht dran. Und hiermit können wir auch nichts machen. Das sind alles diese Standarddinger. Hmm, also Gesicht können wir gerade nicht ändern. Aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir nicht den Full-Edit-Mode anhaben. Aber... Kopiere den Sim in der dunklen Form. Warte mal, in der normalen Form. Dunkle Form, okay. Ja, er sieht jetzt vom Gesicht her halt einfach mal so aus. Dann müssen wir es halt mal einfach so lassen. Kann ich jetzt gerade nichts dran machen? Ich gucke mal eben... Was es hier so gibt. Dann müssen wir mal gucken, in der nächsten Folge, dass ich das irgendwie hinkriege. Was zieht... Könnte er denn mal anziehen? Das sieht aus wie Juhelfner. Das finde ich auch ein bisschen overdressed irgendwie. Das sieht aus wie Matrix. Obwohl es eigentlich passt, ne? Das ist irgendwie alles hier zu pelzig irgendwie. Ich finde das schön für einen Vampir. Sieht so richtig spooky aus, oder? Da möchte man doch spontan sagen... Oh mein Gott, ich habe Angst. Ne, den finde ich eigentlich ganz geil. Das sieht irgendwie gruselig aus. Und irgendwie stylisch. So, warte mal. Schuhe. Nehmen wir mal diese hier. Die passen ganz gut. Nehmen wir mal in schwarz. Alter, Mason. Irgendwie macht mir das Angst. Oder? Sieht aber irgendwie cool aus. Wir müssen halt mal gucken, dass wir das irgendwie im Full-Edit-Mode oder so hinbekommen. Und dass wir sein Gesicht noch ändern können. Weil diese ganz krassen Falten da... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so meins ist. Also bei Gesichtspartner und so können wir halt nichts ändern. Können es halt wirklich nur wahrscheinlich hier oben bei Gesicht machen. Und das halt eben gesperrt war, wenn ich diesen Full-Edit-Mode anhabe. Aber das können wir mal zur nächsten Folge machen. Jetzt haben wir es aber wenigstens schon mal safe, dass unser geiler Macy Basie ein Vampir ist. Und ihr wisst, was das heißt, liebe Freunde. Wir hatten hier was cooles vor. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe da schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass ich das endlich machen kann. Und dann warten wir so lange, bis Mia ihr Kind gekriegt hat. Also wir machen jetzt ein Baby. Und dann warten wir so lange, bis Mia ihr Kind bekommen hat. Und dann werden wir Mary und Dominik ausziehen lassen. Damit Jill quasi ein Kind mit Sebastian bekommen kann. Dann haben wir nämlich wieder genug Platz. Die beiden kleinen Kinder, die lassen wir dann auch altern. Ich weiß, die sind jetzt schon ziemlich lange kleine Kinder. Das ist dringend mal notwendig, dass wir die mal altern lassen. Aber gut, ne? Wir müssen ja das irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Die ganzen Sachen, die wir noch vorhaben. Wir haben echt so viel vor. Ja, im Moment haben wir wirklich einen straffen Plan. Ich will diese OP noch durchführen bei Mary, damit sie endlich befördert wird. Ich will, dass die Kinder wieder einen guten Durchschnitt in der Schule haben. Ich will Sebastian und Jill die Story noch ein bisschen spielen. Irgendwie mal, damit wir mal da endlich zu kommen. Ja, jetzt mit Mason haben wir es jetzt endlich geschafft. Das ist ein Vampir. Es hat ja auch ewig gedauert, wenn ihr mal überlegt, wie lange wir daran gesessen haben, dass der sich überhaupt verwandelt hat, der Typ. Ja, es hat ja Stunden, Tage, Wochen gedauert. Aber Gott sei Dank ist es jetzt endlich soweit. Und er hat sich verwandelt. Ey, ich bin echt froh, dass ihn die Kuhpflanze nicht gefressen hat. Aber sie konnte ihn ja auch nicht mehr fressen, ne? Sie hat ja nichts mehr zu fressen gekriegt. Man sieht es ja. War ziemlich abgemagelt. Jetzt muss man eben einen Schluck trinken, weil ich natürlich wieder so viel und so schnell auf jeden Fall labere. Moment. Alter, ich kann gar nicht trinken, ey. Hätte mich hier fast... Ihr wisst schon. So. Also, Maisy, Maisy, du bist jetzt Vampir. Ist das geil oder ist das geil? Ja, da will ich auch erstmal ein paar Fitnessübungen machen. Wann kommt denn unsere liebe Mia nach Hause? Mia kommt jetzt gleich schon. Das ist tatsächlich ganz gut. Dann kann sie mal direkt hier reinlaufen. Ich gebe mal dem Maisy, Maisy, glaube ich, die Hälfte ab. Ach, die ist ja jetzt gerade... Ey, mein Mikro. Was ist denn hier los, Freunde? Ihr merkt das dann am Ton. Das wird dann immer ein bisschen dumpfer irgendwie. Alter, Dominik ist voll drin. Keine Ahnung, ob das Lied richtig war. Ich glaube nicht. So, ähm, Dominik. Ach, äh, Maisy, Maisy. Warum hakelt es denn jetzt so? Hallo, hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Er guckt sich erstmal, weiß er... Erst macht er Fitness, dann guckt er Fitness. Er ist einfach ein Fitness-Traum, ja? Also, er ist im Fitness-Wonderland. So, und solange Jill noch schläft, die können wir dann nämlich gleich direkt wecken. Dann kann die sich nämlich mitten in der Nacht mal mit dem Sebastian treffen. Ich hoffe aber, dass sie dann früh genug wach wird, damit er dann auch noch wach ist, der Typ. Und nicht gleich wieder schläft, weil die schlafen ja immer andauernd. So, und wenn Mia jetzt gleich mal von der Arbeit kommt... Boah, ey, komm, früher nach Hause. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir früher nach Hause wollen. Am liebsten wollen wir gar nicht mehr arbeiten gehen. Eigentlich könnten wir auch mal in Rente gehen, ne? Aber so weit ist es noch nicht. Aber das werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwann erleben mit der lieben Girls-WG. So, da ist sie wieder, die Mia. Ja, die können eigentlich mal eben... Ich wollte mal eben... Warte mal, hier ist doch die Tür. Die müssen wir jetzt nochmal aufschließen für Macy Basie auch. So, warte mal. Äh, Zutritt gestatten für Mason. Genau. So, Macy Basie. Dann geh mal hier runter, bitte. Und Mia kann auch mal direkt hier runterkommen. Da machen die sich jetzt einen romantischen Abend im Vampirkeller. Ja, also wer möchte da schon Nein sagen? Ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber das ist mir ein bisschen zu spooky, möchte ich sagen. Ja, also in so einem Sarg wäre jetzt nicht unbedingt was für mich. Ja, also romantische Stunden im Sarg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das gut heißen kann an dieser Stelle. Hier auch mit den Spinnenweben und so ist mir alles zu staubig, zu schmuddelig, zu dreckig. Äh, die besten Void-Kreatur. Void-Kreatur. Kreatur. Void-Kreatur. Alles klar. Die beste Void-Kreatur. Ja, Jasmin. Okay. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welchen Void-Kreatur mächtiger ist. Ich habe gesagt, es wäre die Arktik-Horn. Aber der andere behauptet, es wäre Suintor. Wer ist denn nun am mächtigsten? Ja, beide sind natürlich, ne, das ist natürlich klar. Äh, emotional Kontrolle steigt, Konfliktlösung sinkt. Ja. Also mit dem Vorlesen hatten wir es auch nicht so. Deswegen passt es auf jeden Fall besser in der Schule auf als ich. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Vorsatz fürs neue Jahr oder so. So, Maisy, Maisy, was ist mit dir? Ich habe dich eher hier hingeschickt als Mia und Mia ist trotzdem als erstes hier. Also irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Du bist doch hier voll der Sportsman. Du müsstest hier eigentlich hingerannt kommen. So. Mia kann sich mal eben in der Zeit einen Durstlöscher gönnen. Moment. Hier, den gönnen wir uns mal eben kurz. Und dann können wir mal eben uns beide in der dunklen Form zeigen. Mach mal eben. So, Maisy, Maisy, bitte auch. Brauchst jetzt nicht so abgehen, nur weil du jetzt ein Vampir bist. So, dunkle Form zeigen. Ey, kann die auch mal ihr Outfit anziehen oder keinen Bock oder was? Egal, dann machen sie das halt im Sportdress, wenn wir auch recht sein. Aber nee, das ist irgendwie, irgendwie ist es, ja, jetzt geht mal beide ab. Äh, irgendwie ist es nicht der Dress. Ihr versteht, was ich meine. Es sieht einfach so undressig aus. Outfit, Outfit, Outfit. So. Das gefällt mir dann nämlich schon besser. Ja, das ist doch mein Ding. Nein, du brauchst nicht den Terminkalender ändern hier. Komm wieder runter von deinem hohen Ross. Jetzt müssen wir mal ein bisschen flirten hier. Stopp. Bevor sie jetzt wieder hochrennt. Ich drücke mal eben Stopp. Techtel möchte in der Sauna. Nein, ich möchte gerne, ähm, ewige Liebe erklären. Das ist irgendwie so romantisch, weil sie ja beide einfach jetzt unsterblich sind. Ist das nicht romantisch, wenn er dann sagt, wenn er ihr dann die ewige Liebe erklärt? Alter, die sehen einfach so cool aus, ne? Ich glaub das gar nicht. Mia und Mason, oder? Das sieht so cool aus. Alle beide. Gefällt mir voll gut. Gefällt mir richtig gut. Ich find das voll geil. Ewige Liebe erklären. So als Vampir find ich das irgendwie natürlich total romantisch, weil die Liebe wirklich ewig ist, wenn die wirklich für immer zusammen sein sollten. Weil die ja wirklich lange, äh, leben, ne? So, für immer eben. Ähm, flirten können wir noch. Ein Kusshauch, ein Techtelmächte, Massage anbieten, küssen wir mal mal küssen. Und dann guck ich mal, können wir hier ein Techtelmächte drin machen tatsächlich? Welche ich im Sarg? Haben wir das nicht sogar schon mal gemacht? Baby machen mit. Mia. Komm mal her, Mia. Gönnt euch. Gönnt euch im Sarg. Alter. Ich bin so gespannt. Alter. Nein. Irgendwie ist es perverse, oder? Die Musik. Oh. Alter, was geht da ab? Hallo? Oh, es geht noch weiter. Wir waren noch, wir waren noch nicht am Ende der Show. Ich bin wieder Stalkermäßig hier dabei. Live vor Ort. Irgendwie finde ich das ja lustig. Alter, was? Ey, was? Ey, was geht denn hier ab? Krass, ey. Ey, was ist das denn für ein Techtelmächte? Das ist mir letztens nicht so aufgefallen, oder? Guck, jetzt erstmal Kaffee. Erstmal einen Kaffee machen. Pinnwand lesen. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Äh, ich will direkt hochgehen. Ja, ja. Neustart ist erforderlich. Jetzt gerade gar nicht. Ähm. Ähm, ich guck mal eben, ob wir schwanger sind. Direkt. Äh, wir brauchen ein Klo. Wir brauchen ein Klo. Wir brauchen ein Klo. Wo ist ein Klo? Hier ist ein Klo. Äh, Schwangerschaftsitz machen. Oh, ich bin so gespannt. Ein Vampirbaby, wie cool ist das? Da müssen wir uns auf jeden Fall diese Vampirwiege holen. Und so einen Scheiß. Und holen wir uns noch ein Bett. Dann stellen wir es auch unten in den, ähm, Vampirkeller rein. Und dann können die da so ein bisschen leben. Da hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber sie können halt da so in dem Vampirkeller auch dann ein bisschen leben. So mit der Vampirkrippe und so. Das finde ich schon cool. Weil, ähm, das Problem ist, sie schlafen ja jetzt nicht mehr so wirklich, ja. Also eigentlich brauchen sie gar kein Zimmer mehr. Weil schlafen ist ja nicht mehr jetzt bei denen. Die haben ja kein Bedürfnis schlafen mehr. Die haben ja wirklich nur Spaß, Hygiene, Durst und Social eben. Und diese Vampirenergie, die füllen wir ja ganz einfach auf, indem wir ein bisschen meditieren. Deswegen finde ich das eigentlich extrem geil. Die beiden sind jetzt echt dauerhaft wach. Und? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Mia ist wieder schwanger! Und wir kriegen ein Papier-Baby! Und wir zeigen uns die ganze Zeit in unserer dunklen Form, obwohl es eigentlich ein Geheimnis bleiben sollte. Äh, Moment. Dunkle Form verstecken. Bitte. Ich bitte darum. So, und Maisie, Maisie müsste das vielleicht auch mal tun. Was macht sie denn jetzt? Mit Maisie plaudern. Erstmal so erzählen. So, ja, Maisie, Maisie, wir hatten gerade. Ihr wisst schon. Und jetzt ist es direkt, es ist hier quasi direkt gefluckt. So, dunkle Form verstecken. Macht das mal bitte beide. Ihr müsst hier beide nicht so rumlaufen. Alter, das ist so cool. Ich finde das so cool. Und das finde ich jetzt sowieso so cool. Guck mal, wie süß die beiden normal aussehen. Und als Vampire sehen die irgendwie so edel aus, oder? Ich finde alle beide aber, ne? Die sehen irgendwie so, so, so ein bisschen, ähm, weiß ich auch nicht. So edel irgendwie, so schick. Ja, und so in Normal sind es halt so normal. Und jetzt ist sie schwanger und das ist irgendwie so toll. Ich freue mich so, dass wir es endlich geschafft haben. Voll gut. Richtig gut. Habe ich die ganze Zeit drauf gehofft, dass wir es endlich schaffen. So, äh, du musst mal eben schnell aufstehen. Wir versuchen jetzt nochmal den, ähm, Sebastian Glon anzurufen. Auf aktuellen Grundstück einladen. Das machen wir einfach mal heimlich. Dann fangen wir den vor der Tür ab. Ich hoffe, der ist noch wach. Alter, ja. Wenn du so ans Telefon gehst, dann kommt der bestimmt. Hat der bestimmt schon Bock. No, no, so, macht sie die ganze Zeit. No, no, Sebastian Glon wird gleich da sein. Okay, der kommt tatsächlich gleich. Wir gehen schon mal raus. Stopp, da ist er schon. Scheiße, 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 stopp, 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 stopp. Der darf nicht zu nah zum, ähm, Dingens kommen. Einladen über Nacht zu bleiben. Verstoß ausgesprungen zu hereinbinden. Können wir nicht, äh, da, um Verabredung bitten. Das würde ich gerne mal machen. Damit wir dann hier auch abhauen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir irgendwo anders hingehen, damit das nicht so auffällt. Ja gut, wenn er hier klingelt, interessiert er keinen. Das Windspiel. So, jetzt kommen wir schnell raus. Und dann gehen wir einfach irgendwo anders hin. Zu irgendeinem anderen Grundstück. Und verabreden uns dann mit dem. Und dann sind wir ja quasi heimlich draußen, ne, nach der Ausgangssperre und so. Alle sind jetzt drin und kriegen da nichts von mit. Und wir treffen uns hier heimlich mit Sebastian. Mibahana. Ja, hat tatsächlich geklappt. Sehr, sehr gut. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, liebe Freunde. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Wir können eigentlich mal eben kurz zusammen noch aussuchen. Fällt mir gerade mal so ein. Wo können wir denn mal hingehen? Sollen wir hier einfach in die Diskothek gehen? Sonst einfach knallert durch. Dann können wir gehen in die Diskothek. Das finde ich irgendwie cool. Das machen wir jetzt einfach. Und ja, wie gesagt. Wenn euch die Folge gefallen, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Die sind echt manchmal mega. Also ihr habt echt tolle Ideen. So wie das jetzt zum Beispiel mit Dominik und Mary ist eine super Lösung. Weil ich will sie nicht ganz aus der Girls-WG verbannen, weil das einfach scheiße ist. Die gehören einfach. Mary gehört für mich dazu. Und die bleibt auch dabei. Aber wenn sie kurzzeitig ausziehen und dann wieder zurückkommen, ist das natürlich kein Problem. Dann können wir das natürlich super gut machen. Und dann haben wir natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr Platz. Damit Jill dann eventuell auch ein Kind bekommen kann. Und das finde ich echt cool. Ja, wie gesagt. Eure Ideen. Ich finde es super. Wir spielen es echt gemeinsam. Und das macht am meisten Spaß. Deswegen wünsche ich euch jetzt aber einen wunderschönen Tag. Ich würde sagen, nächste Folge Girls-WG am Dienstag 13.30 Uhr. Ich hatte mir übrigens noch kurz am Rande erwähnt, überlegt. Life is Strange ist ja jetzt im Moment vorbei. Das neue Life is Strange ist noch nicht da. Und wir könnten in der Zwischenzeit Planet Coaster quasi als Lückenfüller nehmen. Und anstelle von Life is Strange um 15 Uhr dann immer, dass da ein Planet Coaster kommt. Damit fangen wir aber nicht heute an. Also heute kommt noch kein Planet Coaster. Aber vermutlich am Mittwoch, wenn ich es schaffe. Ich kann es aber noch nicht versprechen, weil im Moment ist wirklich wieder echt viel Arbeit bei mir. Und ich muss auch noch das Merch-Video fertig drehen mit der Verlosung und, und, und. Und deswegen habt ein bisschen Nachsicht. Aber ihr habt sowieso immer Verständnis. Ihr seid die Besten. Ihr wisst es. Ihr seid meine Crew. Und jetzt bin ich aber raus. Hau da rein. Tschüss.